Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni und ich habe ein spannendes Thema für dich. Als ich vor über 25, fast 30 Jahren begonnen habe, mich mit den Themen der Esoterik auseinanderzusetzen, diesen großen Gebieten der Energiearbeit und des inneren Bewusstseins, des inneren Leuchtens, bin ich immer wieder auf so Grenzbereiche in der Esoterik und Energetik gestoßen, die sehr hart an einem für mich sehr rechten Gedankengut, rechts ausgerichteten Gedankengut schrammen. Und ich möchte das heute mal behandeln. Denn es hat sich eingeschlichen, auch in der modernen Esoterik und auch in der Energetik, dass man diese Trennungen drinnen hat. Und das halte ich für sehr, sehr ungesund und auch sehr schwierig und bedenklich. Wenn ich da was höre von Superhuman-Programmen, die mich eigentlich an den Übermenschen und den Aria erinnern und auch natürlich gibt es den Begriff Aria als dieses Reine, als diesen reinen Menschen, den gibt es ja schon länger, wenn ich solche Begriffe höre und verwende und das ist dann in das Moderne reingewurschtelt, in diese Self-Improvement-Szene, das heißt, mach mehr aus dir, als du bist und du kannst alles aktivieren und erreichen, da möchte ich mal da ganz kurz drauf eingehen. Das erste, der erste Punkt ist einfach mal, und da beziehe ich mich gleich mal auf die Bibel, dass es heißt, Gott hat die Welt geschaffen, hat den Menschen geschaffen und er sah, dass es gut war. Punkt. Das heißt, der Mensch ist fertig, ist gut, so wie er ist. Und alles, was dann der Versuch ist, diesen Menschen zu verbessern, besser zu machen, ist natürlich ein schwieriger Gedanke, weil man, was passiert denn damit? Du wirst eigentlich unzufrieden. Und ich rede jetzt nicht gegen diese, verändere dein Leben oder wachse in deinem Leben, das ist ja alles okay, nur sieh dich nie als halb fertig oder halb angekommen an. Denn letzten Endes bist du, wie du geschaffen bist, perfekt und gut geschaffen. Nach dem, ich nenne es jetzt einfach mal so mit göttlichem Siegel. Das heißt, wenn du jetzt hergehst und beginnst, dich selbst zu verbessern, egal auf welche Ebene, du sollst heiler werden, du sollst bewusster werden, du sollst irgendetwas machen, dann heißt das nur eines, du bist mit deinem jetzigen Zustand eigentlich unzufrieden, du hast eine gewisse Undankbarkeit deinem Leben gegenüber entwickelt und da folgt natürlich dann auch ein Unglück, ein Leidensdruck. Das heißt einmal, wenn wir diesen Zustand annehmen können, zu sagen, ich bin gut, wie ich bin, dann ist das einmal sehr schön. Das Zweite, was wir annehmen können, ist, das Leben fließt. Das heißt, es ist ein Fließen, ein Wachsen, ein Ausdehnen, ein sich-zurück-ziehen. Es ist ein dynamischer Prozess. Das Leben ist an sich ein dynamischer Prozess. Und dieser dynamische Prozess, und das ist eine der Grundregeln meines Erachtens nach der Lebensenergie, die ich auch beobachten kann, wenn ich im Energiefeld arbeite mit Menschen, dass das Leben keinen Stillstand will. Das heißt, diese Fixierung, dass ich sage, das ist jetzt fix und es bleibt immer so, das ist etwas, wo die Energie irgendwann dann stockt und das Stehen beginnt und wo oft dann auch einmal Leidensdruck entsteht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du jetzt keine fixe Partnerschaft haben sollst oder dir von mir aus einen Besitz zu aneignen solltest. Aber du solltest dir bewusst machen, auch mit der Partnerschaft, die darf sich ändern. Das heißt nicht, der Partner muss sich per se ändern permanent, sondern die Partnerschaft sollte weiter wachsen und nicht stecken bleiben. Und da haben wir also diese Punkte. Das eine ist, du bist gut, wie du bist. Das andere ist, dein Leben will aber fließen. Und deshalb von deinem Wesen her entspricht es dir, dass du dich sowieso weiterentwickelst. Und zu was du dich entwickelst, ist eigentlich dann sehr individuell und ist dir freigestellt. Das heißt, du kannst dich vom Heiligen zum Massenmörder entwickeln, vom Asketen zum Alkoholiker entwickeln. Das spielt eigentlich keine Rolle, das ist dir freigegeben. Du hast Freiheit in deinem Leben und kannst frei darüber bestimmen, was für ein Konzept dir am besten liegt. Und jetzt passiert Folgendes, diese ganzen Programme mit Mach mehr als dir, werd bewusster, lerne da irgendetwas zu sehen, irgendwelche Techniken bewusster zu lenken. Das ist alles gut und schön, wenn sie richtig verstanden werden. Nämlich, nicht, dass man sagt, es kann etwas in dir verbessern, sondern es kann etwas verändern. Und wenn du jetzt solche Programme nimmst und sagst, ich werde jetzt bewusster, ich werde geheilter, ich werde, mein Herz wird geöffnet und jetzt bin ich so sensitiv und, und, und. Dann ist das oft sehr, sehr schwierig, weil du beginnst automatisch, dich von deinem Umfeld natürlich abzugrenzen. Du gerätst in eine gewisse Masche rein mit gewissen Seminaren, die du dann machst und bist in einem anderen Glaubenskonstrukt. Und das ist an sich noch nicht so ein Problem. Es kann nur dann zum Problem werden, wenn du zu trennen beginnst. Nämlich nicht zu sehen, die Welt ist gut, wie sie ist, sondern du beginnst zu bewerten. Und dann bewertest du auf einmal, da gibt es die Leute, die haben das Herz offen und sind so gefühlvoll und dann gibt es die rein Rationellen und die sind halt so harte, intellektuelle. Und du trennst dann permanent. Da gibt es dann die guten, bewussten, Erleuchteten, die ja suchen, dass sie immer klarer werden und die in allem eine göttliche Botschaft zu vernehmen glauben. Und dann gibt es die tiefen, unbewussten Ugas, die Materialisten, die nur herumrennen und böse sind. Und genau mit diesen Trennungen, und das ist genau der Punkt, wo dann die Gefahr anfängt. Nämlich wo ich dann glaube, ich bin ein überlegenes Wesen, nur weil ich mich entschieden habe zu meditieren. Das Einzige, wozu du dich entschieden hast, ist die Welt in einem anderen Licht zu sehen. Aber da kann sich jeder auch darin entscheiden. Denn ein großer Kapitalist, der sagt, ihm ist wichtig, dass er Geld anhäuft, der sieht halt die Welt und sieht als Motor der Welt halt die Energie des Geldes. Das ist ja okay. Der macht halt dann andere Entscheidungen in seinem Leben. Der wird auch wahrscheinlich skrupelloser entscheiden oder amoralischer vielleicht entscheiden, weil der Kapitalismus gewisse Regeln vorgibt. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt diese extrem immateriellen, erleuchteten, herumhüpfen habe auf der Wiese, auch die grenzen ab und lehnen ab und ignorieren Sachen und trennen Sachen. Das heißt, es ist nicht der ganze Teil gesehen. Es wird nicht alles verinnerlicht und nicht alles gelebt. Und macht dich das jetzt bewusster, nur weil du deine Erleuchtung hast und glaubst, ein Engel spricht mit dir oder du siehst das Energiefeld? Und das kann ich dir jetzt von jemandem sagen, ich sehe das ganze Zeugs, ich arbeite mit diesen feinstofflichen Ebenen. Macht dich das besser? Nein, macht es das nicht. Du siehst die Welt in einem anderen Licht. Du nimmst die Welt in einem anderen Licht wahr. Das ist wunderbar, schön, leite daraus ab, was du möchtest. Ich leite halt mein Arbeitssystem ab, dass ich sage, ich kann also mit diesem Energiefeld, mit diesen Wahrnehmungen, die ich kriege, da arbeiten und schaue, dass ich meine Klienten damit unterstütze. Das ist mein Nutzen. Für mich ist immer die Frage, wie kann ich was praktisch verwenden? Und wenn ich aber sage, okay, ich habe da jetzt keinen praktischen Nutzen und das ist halt so mein Thema, dann frage ich mich, wozu? Wenn ich jetzt sage, okay, ich kann die Zukunft sehen, wenn ich sie nicht verändern kann, was bringt mir das zum Beispiel jetzt? Und da frage ich mich dann immer, wie gesagt, was ist jetzt der Nutzen dieser Sache? Und ganz gefährlich wird das dann, wenn du beginnst zu glauben, die Unerleuchteten, die Nichtliebevollen sind schuld, weil es Krieg auf der Erde gibt, der Schatten, das Böse ist schuld, dass es Krieg auf der Erde gibt. Denn dann beginnst du ganz tief zu trennen, nämlich nicht mehr, dass du sagst, es gibt eine Quelle, eine Kraftquelle, wo alles herkommt und die Welt ist gut, sondern du sagst, es gibt Licht und Schatten. Und das stimmt, es gibt natürlich Licht und Schatten, es gibt eine Dualität außerhalb, aber im Wesen habe ich mich zumindest entschieden, dass es eine Quelle gibt. Und wenn du dann sagst, okay, du siehst nur mehr dieses Duale und die einen sind im Schatten und die anderen sind im Licht und du bestimmst das, wo bist du denn da besser, als jemand, der dann anfängt und sagt, die Juden sind schuld, die Migranten sind dann etwas schuld, da ist kein Unterschied mehr. Wenn du sagst, du wirst der Superhuman, du wirst der Übermensch auf einmal, auch wenn du es Englisch nennst und du beginnst dann zu trennen in Leute, die das nicht machen, dann ist die Ideologie leider nicht weit. Und das ist eben ein Schleier, der, glaube ich, verstanden werden muss. Deshalb auch dieser provokante Titel, heile mich. Heile mich. Erkenne mich an, ist die eine Ebene und die zweite Ebene von heile mich ist, sind die Leute, die zu mir kommen und sagen, mach mich gesund. Heile mich. Und da bin ich wieder an dem Punkt, ich kann nicht heilen. Und das Problem ist einfach, Heilung kommt nicht von einem anderen Menschen. Ich bin kein Heiler in dem Sinn. Ich bin jemand, der mit dem Energiefeld arbeitet. Ich bin jemand, der schaut, dass es gut fließt und dann entsteht vielleicht eine Heilung daraus. Aber ich heile selber nicht. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwie alles das Rezept habe oder alles abfragen kann. Ich bin ja kein Heiler in dem Sinn, sondern ich schaue nur, dass es eine gewisse Mitte ist, wo nach meinem Dafürhalten das Energiefeld des Klienten am besten fließt. Das ist das, was ich mache. Und da entsteht dann auch dieses Gefühl der Heilung. Da entsteht das dann. Aber ich selber heile nicht. Und das ist eben so ganz wichtig. Also weder du bist der Heiland noch ich heile, sondern alles ist im Wesen schon gut. Und das ist die Message, die ich dir mitgeben kann. Und das Leben fließt. Das Leben ist Energie. Wenn du das Gefühl hast, du steckst irgendwo fest, natürlich kommt mehr Leidensdruck rein, aber löst dich von dem, du wirst merken, es fließt weiter. Es ist eine Bewegung. Und du wirst auch automatisch weiter wachsen. Und da muss man nicht stundenlang meditieren. Man kann meditieren, wenn du möchtest, aber du musst nicht, weil das Leben selber ja fließt. Du hast ja deine Erfahrungen. Menschen verlassen dich oder kommen hinzu. Du lernst neue Leute kennen. Ein Jobwechsel steht an. Das ist ja alles ein Fluss. Sogar wenn du sagst, okay, du wechselst mal die Tapete oder streichst mal nur aus. Das ist ja alles Energie, die sich bewegt. Das heißt, du kannst dich gar nicht nicht bewegen. Das ist so mein Gefühl. Und deshalb ist auch diese Trennung in, ich bin jetzt so super bewusst und ich bin jetzt auf einmal heil und ich bin der Heiland, das sehe ich nicht so. Ich bin der Meinung, das Leben fließt sowieso. Und man muss nur diesen Raum schaffen. Und man kann natürlich dann das Bewusstsein dorthin lenken, auf welcher Ebene möchte ich, dass es mehr fließt oder weniger fließt. Natürlich kann ich da schauen. Aber letzten Endes kann ich nicht nicht fließen und nicht nicht in Bewegung sein. Das ist so meine Anschauung. Und mach dich nicht und da bin ich jetzt super viel Nichts, oh Gott, mach dich nicht zu einem Übermenschen, nur weil du meditierst. Bleib mit den Beinen am Boden und bleib klar und strukturiert und realistisch. Und es gibt nicht das Böse, wenn du es nicht einlädst. Die Welt ist gut. Die Welt wurde in den Schöpfungstaten als gut bezeichnet, jedenfalls laut der Bibel. Und an das halte ich mich fest. Nicht, weil ich sage, ich bin jetzt da der praktizierende Christ, sondern weil ich sage, ich finde, das ist eine gute Anleitung. Könnte man mal sehen, die Bibel als Anleitung fürs Leben. Wie ein Manual. Wie ist denn die Welt aufgebaut? Wie bist du denn im Prinzip geschaffen? So könnte man es ja mal interpretieren. Und im Wesen ist die Welt gut geschaffen. Das heißt, wir haben grundsätzlich kein Problem. Und das finde ich doch mal eine gute Nachricht. Und als Abschluss noch, du trägst die Heilung in dir. Es gibt ganz viele Meditationen hier am Kanal, ich werde auch was verlinken, dass dir das wieder bewusst wird. Du bist ein Wunder. Dein Dasein ist ein Wunder. Und es freut mich natürlich, wenn wir uns begegnen und wenn wir mal arbeiten oder bei einem Kurs oder bei einer Sitzung. Aber letzten Endes trägst alles du schon in dir mit und bringst auch alles mit. Die Lösung bringst du schon mit. Ich schaue nur, dass sie rauskommt. Das wär's für heute. Und ja, ich wünsche dir eine gute, gute Zeit, eine schöne Woche, eine schöne Weihnachtszeit. Ich weiß, es ist ein bisschen ein ernstes Thema jetzt für diese Weihnachtszeit geworden. Aber trotzdem ist es mir sehr, sehr wichtig, das mal festzustellen. also es ist niemand besser oder schlechter als der andere, sondern jeder richtet sich sein Leben nach seinen eigenen Maßstäben ein. In diesem Sinne freue ich mich über einen Daumen hoch oder abonniere den Kanal und wir sehen und hören uns wieder. Alles Gute, dein Oliver Ereni, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Tschüss. Tschüss.